Ich fand in einer Klosterbibliothek ein 1200 Jahre altes Manuskript, was darin geschrieben steht. Verfolgt mich bis heute. Verfolgt mich bis heute. Ich versichere Ihnen, dass alles wahr ist. Ich bin ein akademischer Historiker und Forscher des Byzantinischen Reiches. Ich habe Dutzende von Artikeln in einflussreichen wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht und habe einen festen Lehrauftrag an einer großen staatlichen Universität in den Vereinigten Staaten. Mein Hauptforschungsgebiet ist der Einfluss der klassischen Mythologie auf die byzantinische Hagiografie im 6. bis 9. Jahrhundert nach Christi. Ich bin es gewohnt, alle möglichen bizarren Geschichten über orthodoxe Heilige zu lesen, wie zum Beispiel über den heiligen Christophoros, der einigen Erzählungen zufolge den Kopf eines Hundes hatte, über den heiligen Simeon, den heiligen Narren, der angeblich vorgab, dumm und verrückt zu sein, um nicht für seine Heiligkeit gepriesen zu werden. Oder über den Stiliten, der jahrelang auf Säulen lebte, ohne jemals herunterzukommen. Vor fast zwei Jahrzehnten entdeckte ich jedoch etwas wirklich Merkwürdiges. Etwas, das kein anderer Byzantinist je gesehen hat. So sehr ich es auch studiert habe, ich kann es mir immer noch nicht rational erklären. Ende September 2001 besuchte ich ein sehr altes, griechisch-orthodoxes Kloster auf dem Berg Athos in Nordgriechenland in der Nähe von Thessaloniki, das etwa im 7. Jahrhundert nach Christus gegründet worden war. Der alte Mönch, der das Kloster leitete, führte mich in die Klosterbibliothek, einen staubigen, unordentlichen Raum, in dem alle möglichen Texte und Manuskripte unterschiedlichen Alters in Reihen von alten Holzregalen gestapelt waren. Als ich die Bibliothek sah, wusste ich sofort, dass sie eine wahre Fundgrube an Informationen war. Ich hoffte, dass ich neue Texte finden würde, die den Gelehrten noch nicht bekannt waren. Nachdem ich einen Stapel mittelalterlicher Handschriften nach dem anderen durchgesehen hatte, stieß ich auf ein Manuskript, das meine Aufmerksamkeit erregte. Es war anders als die anderen. Zum einen war es eindeutig eines der ältesten Manuskripte in der Sammlung. Viele der Manuskripte in der Sammlung stammten aus dem 14. Jahrhundert oder später, aber dieses hier stammte eindeutig aus dem frühen 9. Jahrhundert. Aber nicht nur das war einzigartig. Es war auch das mit Abstand dickste Buch in der Sammlung. Ich schlug es auf und fand einen seltsamen Text in byzantinischem Griechisch. Die allererste Zeile auf der allerersten Seite lautete meiner eigenen Übersetzung nach wie folgt. Hierin liegen die Prophezeiungen von Didymos von Thessaloniki, dem Sohn von Amphilokios. Alle Dinge, die bis zum Tag des Gerichts noch kommen werden, sind in diesem Band aufgezeichnet. Ich war sofort von diesem Fund fasziniert. Ich las weiter. Das Buch begann mit einer detaillierten Beschreibung der wichtigsten Ereignisse, die sich im 9. Jahrhundert nach Christi im bytanzinischen Reich ereignet hatten. Obwohl die Beschreibung in Form einer Prophezeiung verfasst war, wusste ich, dass der Text erst nach den Ereignissen geschrieben worden sein musste. Solche Vaticinia ex eventu sind in antiken und mittelalterlichen prophetischen Texten äußerst häufig anzutreffen. Wann immer jemand in der Antike oder im Mittelalter etwas schreiben wollte, das den Anschein erwecken sollte, es sei wirklich prophetisch, schrieb er über etwas, das bereits geschehen war, gab aber die Beschreibung so wieder, als sei es eine Vorhersage. Als ich jedoch weiterlas, wurde ich immer verwirrter. Das Buch beschrieb einfach immer mehr Ereignisse. Es ging vom 9. zum 10. Jahrhundert, dann zum 11., dann zum 12. und dann zum 13. Jahrhundert über. Seltsamerweise wirkte das Buch jedoch nicht wie ein Werk aus dem 13. Jahrhundert, sondern eher wie ein Werk aus dem frühen 9. Jahrhundert. Ich begann zu vermuten, dass das Buch, das ich in der Hand hielt, eine vorsätzliche moderne Fälschung war. Mit anderen Worten, es war gar nicht byzantinisch, sondern eher ein schändlicher Schwindel. Ich war jedoch verblüfft, denn alles an der Handschrift, abgesehen von ihrem Inhalt, deutete eindeutig darauf hin, dass sie im frühen 9. Jahrhundert geschrieben worden war. Das Pergament war eindeutig aus dem 9. Jahrhundert. Der Text war in perfektem byzantinischem Griechisch des 9. Jahrhunderts geschrieben, ohne die Anomalien, die man bei einer modernen Fälschung erwarten würde. Die Handschrift war charakteristisch für den byzantinischen Stil des 9. Jahrhunderts. Wenn es sich bei diesem Dokument um eine Fälschung handelte, konnte es nur von einer äußerst sachkundigen Person gefälscht worden sein. Tatsächlich hätte nur ein weltweit anerkannter Experte eine solche Fälschung erstellen können. Als ich weiterlas, kam ich zu einer Beschreibung des Aufstiegs von Mehmet II., des Falls von Konstantinopel an die osmanischen Türken im Jahr 1453 und des Todes von Konstantinos IX., dem letzten Kaiser des byzantinischen Reiches. Das Dokument ging dann von der Beschreibung der Ereignisse in der byzantinischen Geschichte zu den Ereignissen der Weltgeschichte im Allgemeinen über. Es beschrieb den Aufstieg des Azteken und des Inka-Reiches, die europäische Entdeckung Amerikas, die protestantische Reformation, die Ming-Dynastie in China, die Gründung des Mogul-Reiches in Indien und andere Ereignisse. Sogar Ereignisse, die zeitgenössischen Historikern nicht bekannt sind, wurden ausführlich beschrieben. So wurden beispielsweise Ereignisse in Teilen Nordamerikas, Afrikas und Australiens beschrieben, über die wir keine Aufzeichnungen haben. Als ich weiterlas, beschrieb der Text immer mehr weltgeschichtliche Ereignisse, die sich immer mehr der Gegenwart annäherten. Er beschrieb alle wichtigen Ereignisse des 18. und 19. Jahrhunderts, darunter den Siebenjährigen Krieg, die Amerikanische Revolution, die Französische Revolution, den Aufstieg Napoleons, die Kolonisierung Australiens, den Griechischen Unabhängigkeitskrieg, die Herrschaft der britischen Krone in Indien, die Opiumkriege, den Amerikanischen Bürgerkrieg, die Revolution in Mittel- und Südamerika, die Aufteilung Afrikas und so weiter. Dann folgte ein erschreckender und detaillierter Bericht über die Kriege und Verwüstungen des frühen 20. Jahrhunderts. Der Erste Weltkrieg, der Sturz von Zar Nikolaus II. von Russland, der Sturz der Qing-Dynastie, die Spanische Krippe von 1918, der Aufstieg des Kommunismus, die Weltwirtschaftskrise, der Aufstieg der Nazis in Deutschland, der Zweite Weltkrieg, der Holocaust, die Bombenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki, der griechische Bürgerkrieg, der Kalte Krieg. Dieser Autor wusste alles. Er gab alle genauen Namen, Daten und Orte der von ihm beschriebenen Ereignisse an. Die Daten wurden nach dem byzantinischen Kalender Anno Mundi und nicht nach dem westlichen Kalender Anno Domini angegeben, aber sie waren alle korrekt. Schließlich, nach der Beschreibung der Ereignisse in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, einschließlich der Gründung der Vereinten Nationen, der Gründung der Europäischen Union, des Zusammenbruchs der Sowjetunion und der Anfänge des Internets, kam der Text im 21. Jahrhundert an. Ich hatte erwartet, dass er dort endet, aber er ging einfach weiter. Er beschrieb die Anschläge vom 11. September 2001 sehr detailliert, obwohl die Anschläge nur wenige Wochen zuvor stattgefunden hatten und die meisten Einzelheiten zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffentlich bekannt waren. Dann las ich etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. In dem Dokument stand, meiner Übersetzung gemäß, dieses Buch der Prophezeiungen wird in der Bibliothek eines Klosters auf dem Berg Athos im ersten Monat des Jahres 7510 seit der Erschaffung des Kosmos nach den Römern entdeckt werden. Dem Jahr, das in jenem Jahr als 2001 betitelt werden wird. Es wird von einem Gelehrten namens Hier stand mein vollständiger Name entdeckt werden, der über die Genauigkeit dieser Vorhersagen sehr erstaunt sein wird. Er wird dieses Buch stehlen und es in das Land bringen, das sie Amerika nennen werden, wo es eine Generation lang bleiben wird. Ich war schockiert, als ich das las. Ich war mir sicher, dass es sich bei dem Manuskript um einen Scherz handeln musste. Ich sah mich um, um zu sehen, ob jemand aufspringen und mich auslachen würde, aber es war niemand da. Nur ich allein saß in der Klosterbibliothek. Der erste Monat des byzantinischen Kalenders ist der September. Das bedeutet, dass der Autor des Manuskripts nicht nur das genaue Jahr wusste, in dem ich das Buch finden würde, sondern auch den genauen Monat. Das Manuskript hatte auch Recht damit, dass ich es stehlen würde, obwohl das bis zu einem gewissen Grad eine sich selbst erfüllende Prophezeiung gewesen sein könnte. Ich stahl das Manuskript aus dem Kloster und schmuggelte es über den Atlantik zurück in die Vereinigten Staaten. Ich habe das Manuskript absolut geheim gehalten und keinem meiner Kollegen davon erzählt. Der einzige Grund, warum ich Ihnen jetzt von dem Manuskript erzähle, ist, dass ich in den letzten 18 Jahren alle Prophezeiungen in dem Manuskript sorgfältig verfolgt habe. Jede einzelne Prophezeiung, die in den letzten 18 Jahren hätte eintreten sollen, ist eingetreten. Das Manuskript sagte den Krieg gegen den Terror, die große Rezession, den Aufstieg des rechtsnationalen Populismus, die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten, den Brexit und sogar die jüngsten Brände im Amazonas-Regenwald voraus. Wenn es sich um ein wichtiges Ereignis handelte, wurde es im Manuskript vorhergesagt. Keine der vergangenen Vorhersagen des Manuskripts machte mir jedoch Angst. Was mir wirklich Angst macht, ist das, was laut Manuskript als nächstes passieren wird. Ich hoffe inständig, dass das, was das Manuskript voraussagt, nicht eintritt. Aber alles, was es je vorausgesagt hat, ist eingetreten, so dass ich keinen Grund sehe, warum das, was laut Manuskript kommen soll, nicht kommen wird. Es scheint, dass die bevorstehenden Drangsale unausweichlich sind. Wir glauben gerne, dass die Welt besser wird, dass die Schrecken der Gegenwart nur vorübergehend sind. Aber ich fürchte, dass das, was uns noch bevorsteht, viel, viel schlimmer wird als alles, was wir bisher gesehen und erlebt haben. Bald, sehr bald, werden Leid und Tod über die Welt hereinbrechen. Es wird Seuchen, Dürren und Nahrungsmittelknappheit geben. Viele Menschen, vor allem arme Menschen und Menschen, die in ärmeren Ländern leben, werden sterben. Es wird schreckliche Kriege geben, die unzählige Leben zerstören werden. Die Ressourcen werden zur Neige gehen. Es wird eine Zeit sein, wie es sie noch nie gegeben hat. Vielleicht denken Sie jetzt, Ja, ja, ich habe schon eine Million verschiedener Vorhersagen darüber gehört, dass das Ende der Welt bald kommen wird und dass es so schrecklich sein wird und dann passiert es doch nicht. Das Problem ist, dass das Manuskript nicht besagt, dass das Ende der Welt bald kommen wird. Es besagt genau das Gegenteil. Das Ende der Welt wird noch lange nicht kommen. Aber es wäre eine Gnade im Vergleich zu all dem Leid, das wir noch zu ertragen haben werden. nicht mehr 54.000cker. Das ist eine Gnade. und die Amen. Amen.